Du bist so weltgebannt, und ich stamm nur aus nem alteren Bauernland. Im Moment lang ging der Himmel von der Genderstern, und weil du so weit ist, glaubte ich auch gerne. Ich hätte mehr als nur das eine Geschlecht, aber ich bleib nur ein Mann und werde dir niemals gerecht. So wird sich mein Herz noch etwas länger quälen, doch niemals würde ich die Grünen wählen nach mir steuern. Hab Bruder und ein hübsches Gesicht, sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Wir haben gerade in dem Bereich von Klimaneutralität jetzt die Krisengriefe große Chance. Jeder kennt die Grünen, Annalena, sie war in der Straße durch die Wahl, Alena. Sie will fliegen, sie will fliegen und den Job von der Handel an kriegen. Geiler anfangen, aber man kann auch ganz schnell auf die Schlauze fliegen. Klimaschutz ist gerade das Riesenthema, damit ist doch eigentlich voll die Wähler. Doch wer braucht Sterbungsrat und macht auch Fehler? Äh, Annalena! Frieden in den Zuschuss auf, verlassen Räder. Ein Künstler anmelden und macht sich weder. Wer macht seinen Lebenslauf noch schöner? Äh, Annalena! Stellt euch das Jahr 2020 vor. Das sind noch 29 Jahre. Ein Buch, da hinten wir rottet so auf die Stelle, vieles nur kopiert, ganz ohne Quelle. Im Wahlkampf, kein Volldampf und der Habeck auf dem Abstellgleis. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Was für ein Scheiß. Hasen, Herr Lehmann, Annalena! Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber du siehst, das sind die Einzigen, die noch ein bisschen Grips hatten in dieser Partei. Die jene, die noch nicht, die können sich einfach das ganze nächste Lachstuhlern. Es gibt nur noch viel, 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 ohne das, was die feine, was die zahlabarante. Ja, aber die zahlabarante Partei. Die ist zwar in der Partei, die ist eine Frau. Nein, das ist eine Frau, aber bei denen ist die Birne noch sauber. Wo geht's jetzt hin? Friedensschaften ohne Waffen! Friedensschaften ohne Waffen! Und noch was, ich bin für den Frieden, ich bin nicht für den Krieg. Ach, jetzt spricht er gerade erst an sein Mikro, dann können Sie mich ja vielleicht festnehmen. Und noch was, ich bin für den Krieg. Bis jetzt, dir bleibt mir! Nein, das ist ein Tee, der Mann. Ist ein mit sich, nee. Ich bin für den Krieg. Ich bin für den Krieg. Ich bin für denscreams ag Das war ich mir leider nicht. Das war ich mir leider nicht. Das war ich mir leider nicht. Das sind noch 29 Jahre. Das war ich mir leider nicht. Wie kann man denn solche Pfeifen nur verkacken? Wer nicht regiert, muss kleine Brüchen backen. Viele fänden es wohl mit. Habt einfach schöner. Hey, Annalena! Was für ein Scheiß. Das war ich mir leider nicht. Die kann man gehen, die solche Zeiten noch verpacken werden. Mit dir das muss klein, den wir in Baden-Wiefe. Denkst du, wo ich nicht habe, in der Fall sind noch. Die kann man gehen, die solche Zeiten noch verpacken werden. Die kann man gehen, die solche Zeiten noch verpacken werden. Nichts, wenn die das most klein ist, den wir in Baden-Wiefe. Das ist so, das ist so geil. Das ist so geil.